Tanzlehrerbuchen in Bingen. Hier in diesem Video geht es darum, dass du zu deinem eigenen Tanzlehrer kommst im Umkreis Bingen und durch diesen Tanzlehrer tanzen lernst. Wunderschönen guten Tag dir, sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gern auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Ich möchte also dein Tanzwegbegleiter werden, dich zum Tanzen bringen, also dich auf deinem Weg des Tanzens begleiten und dafür sorgen, dass du deine Tanzziele erreichst. Ich möchte also dein Tanzlehrer werden, dein Privat-Tanzlehrer. Wenn du dir vorstellen kannst, über einen, also über mich, dem ADTV IHK World Dance Council Gülisiegel ausgebildeten Fachmann für Privatstunden, wenn das für dich interessant ist, über Tanzprivatstunden, tänzerisch nach vorne katapultiert zu werden, in deinen eigenen vier Wänden, bei dir daheim, in deinem Eigenheim, bei dir zu Hause oder an einem anderen von dir vordefinierten Wunschort, den wir am Telefon ausmachen, wenn das für dich interessant ist, Tanzprivatstunden an einem Wunschort, dann der Vorschlag an dich, lass uns telefonieren, lass uns in Kontakt kommen und hierfür das Telefonat wählen. Die Nummer für deinen Kontakt ist die 0176 840 44 661.